16.09.2023, wir befinden uns im zweiten Jahr und Tag 205 des Ukrainekrieges. Herzlich Willkommen, ich begrüße Sie zum täglichen Lagebericht. Die ukrainische Regierung kündigte eine Evakuierung der Siedlungen und Dörfer an, die sich im gelb markierten Bereich entlang der rechten Uferseite befinden. Sie begründen dies damit, dass die Russen diese Gebiete stark unter Artilleriebeschuss nehmen und man das der Zivilbevölkerung nicht länger zumuten möchte. Meiner Meinung nach ist das eher ein Scheingrund, da die Ukrainer in dem Gebiet erstens die Artillerie Überlegenheit besitzen und zweitens auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses bereits einen ukrainischen Brückenkopf aufgebaut haben. Demnach scheint mir das eher eine Vorbereitung auf eine weitere große Landung zu sein. Schafft man die Zivilisten davor raus, bringt das nämlich viele Vorteile mit sich, wie zum Beispiel, dass man die Räumlichkeiten und Plätze für militärische Zwecke nutzen kann, Zivilisten nicht im Weg herumstehen und zudem auch nicht in der Lage sind, die eigenen Einheiten zu verraten. Der Chef der Tschetschenen und Brigade Ahmad, welche Sie auch als TikTok-Brigade kennen, soll sich mittlerweile im Koma befinden. Sein Gesundheitszustand soll sich nach einer missglückten Nierentransplantation dermaßen verschlechtert haben, dass er sich in einem Zitat sehr kritischen Zustand befindet. Herr Dyros Frau soll sich auch seit gestern im Krankenhaus befinden. Nach einem Fenstersturz sieht mir die ganze Sache nicht aus, da er immer recht treu zu sein schien und auch so keine Probleme machte. Zumindest keine, die wir mitbekommen haben. Ich sagte Ihnen ja vor wenigen Tagen, dass die Ukrainer die Ortschaft Andrivka im Süden Bachmutz erobern konnten und die russische 72. motorisierte Schützenbrigade sich wieder hinter das Gleis zurückgezogen hat. Die Lage scheint im Nachhinein aber weitaus dramatischer zu sein als vorerst angenommen. Die Ukrainer eroberten die Ortschaft nämlich nicht in einem direkten Angriff, sondern in einer Einkesselung, bei der ein erheblicher Teil der Offiziere und Stabsdiener getötet wurden und das von beiden Seiten. Zum einen ergaben sie sich nicht und wurden vom ukrainischen Feuer neutralisiert und zum anderen ergaben sich welche von ihnen, die dann durch russische Artillerie niedergestreckt wurden. Also im Endeffekt durch Friendly Fire. Auf unserem Telekom Kanal folgt im Anschluss ein Video, in dem Sie russische Soldaten sehen, die sich ergeben, die dann aber von der eigenen Artillerie unter Beschuss genommen werden. Neben dem Führungspersonal verloren die Russen auch noch Ausrüstung und Material, was der 72. ohnehin schon fehlte und nun ihren Untergang besiegen wird. Schon bei Bachmuth hatte die 72. mit Material und Mannstärke zu kämpfen und das Ganze wird natürlich jetzt nicht besser. Zuerst habe ich ja noch angenommen, dass sie den Waldstreifen sichern können, jedoch glaube ich das immer weniger, wenn man sich die Verluste auf Seiten der 72. weiter ansieht. Auf der Karte sehen sie auch selbst, auf russischer Seite ist kaum noch jemand da, der den Waldgürtel verteidigt und die Reste der 72. werden nicht in der Lage sein, ihre Stellungen auf lange Zeit zu halten. Die Russen haben sich durch den Verlust von Andrivka ein klaffendes Loch in der Verteidigung geschaffen, welches sie nun stopfen müssen. Die Einheiten, die das eigentlich gemacht hätten, haben sie aber zur Verstärkung in den Sektor Robotüne an die Südfront geschickt. Schauen wir mal, wie sie dieses Problem beheben wollen. Die Ukrainer spielen ja seit einigen Tagen Schiffe versenken im echten Leben, da sie seit zwei Tagen ein Schwarzmeerflottenschiff nach dem anderen angreifen. Nach dem Landungsschiff Minsk und dem U-Boot der Kilo-Klasse durch Storm Shadow Marschflugkörper wurden auch die Schiffe Asgold, Bythov, Kotov und Samum durch Marinendrohnen angegriffen und beschädigt. Ebenfalls wurde heute die Fregatte Admiral Makorov an den Hafen von Sevastopol geschleppt, was auf das nächste Opfer auf russischer Seite deutet. Sie sehen selber, die Russen verlieren gerade tagtäglich Schiffe ihrer Schwarzmeerflotte gegen ein Land, welches faktisch gar keine eigene Marine besitzt. Bei Robotüne greifen die Ukrainer wieder in drei Richtungen an. Zum einen versuchen mechanisierte Infanteristen in westlicher Richtung die russischen Grabensysteme an der Flanke der Ortschaft zu räumen, weshalb die Russen das Luftlanderegiment 104 in den Sektor verschoben haben, damit die 810. Marine-Infantrie-Bregade diesen Druck standhalten kann. Zeitgleich greift die Ukrainer Novopropovka an, treffen dort aber auf russische Stellungen, auf den Anhöhen, welche weiterhin in russischer Hand sind, während im Osten Teile der 82. Brigade mit anderen nicht genannten Kräften in Richtung Verbove angreifen, um sich in der Stadt festsetzen zu können. Die Ukrainer benötigen zwingend die Kontrolle in einer der Städte oder größeren Ortschaften hinter der Verteidigungslinie, da sie dann einen großen Ankerpunkt setzen können, der eine durchgehende Versorgung und Operationsfläche für die nachrückenden Einheiten bietet, die irgendwann die zweite große Verteidigungslinie angreifen können. Russland möchte nun taube Menschen, Leute mit Oligophrenie, also einer Intelligenzminderung, bei der der Intelligenzquotient unter 70 liegt, und Menschen mit Schizophrenie an die Frontlinie schicken. Leute mit diesen Krankheiten oder Behinderungen konnten früher nicht am Militärdienst teilnehmen und wurden dann ausgemustert. Nun wurde diese Sperre aber im neuesten Papier vom Verteidigungsminister aufgehoben. Damit kann Russland nun Behinderte, Minderbemittelte und andere kranke Menschen an der Front verheizen. Verzeihung, ich meinte natürlich nicht verheizen, ich meinte, dass Russland nun mehr freiwillige Menschen rekrutieren kann. Aus der Sicht eines gewöhnlichen Menschen ist das natürlich unglaublicher Zionismus, aber dem russischen Kommando ist es egal, wen es in den Krieg schickt. Das war es natürlich schon immer und so wird es auch weiterhin bleiben. Aber erwarten Sie nicht, dass Sie jemals einen Oligarchensohn an der Front sehen werden. Mit diesen Worten bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Lagebericht. Untertitelung des ZDF, 2020